hallo liebe leute willkommen zu einem neuen video habe ich da eben das ipad umgekümmt ja das habe ich so liebe leute ich möchte euch hiermit herzlich zu meinem neuen panzer talk video begrüßen denn ich habe nämlich heute mal vorwahl ganz was anderes zu machen nämlich ein reaction video und zwar zu dem neuen eminem song walk on water so damit ich auch mal meinen saft dazu abgeben kann wie ich den neuen song finde und damit ich mich nicht ständig ärgern muss über die ganzen kommentare die teilweise unter den song geschrieben werden beziehungsweise von wegen der alte eminem ist weg oder den gibt es nicht mehr ich kann es einfach nicht mehr hören ganz ernsthaft liebe leute deswegen muss ich mal selbst dazu meinen senk abgeben klickt einen daumen nach oben wenn euch das video gefällt wenn es euch gar nicht gefällt und ihr seid euch verdammten scheiß video so wie das ihr nicht mehr sehen wollt dann gebt dem video einen daumen nach unten dann würde ich sagen fangen wir direkt an mit der reaction so wie es geht so wie es geht Oh man, liebe Leute, war das ein super geiler Song. Findet ihr nicht? Also ich hätte den Song toll gefunden. Ganz ehrlich nochmal, um kurz meine Meinung dazu abzugeben, was ist euer verdammtes Problem bei dem Song eigentlich? Ich finde es doch mal toll, wenn man irgendwie was Neues ausprobieren will. Und ganz ehrlich, bei einem Typen, der was, glaube ich, sein halbes Leben lang nur über Aggressionen gerettet hat, über seine Kindheit, wie schläft es ihm doch gehen? Jetzt mal was anderes zu machen, ist doch nicht falsch, oder? Also ich finde es generell toll. So, jetzt ist natürlich eure Meinung gesagt. Ich frage euch noch in den Kommentaren, wie ihr das lief findet. Die Maske ist scheiße, wisst ihr warum? Ich sage es euch ganz einfach, die Nasenlöcher dort fehlen. Augenblick kurz. Okay, wie schon gesagt, neue Meinung, ganz anders. Neue Meinung, ganz anders. Das ist alles einfach neu und das ist super. Ich finde das toll, ich freue mich wahnsinnig auf das neue Meinung, das euch gefällt, dieses Video. Wenn ihr solche Reaction-Videos vielleicht nochmal sehen wollt, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach hoch. Und vielleicht kommt auch in Kürze nochmal ein Panzertalk aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, vielleicht mache ich erst mal solche Vlogs, mal ein bisschen so mit euch quatschen und so, das macht mir richtig, richtig Laune. Und ja, falls ihr meine Videos sehen wollt, schreibt ihr natürlich in die Kommentare, welche Spiele ihr sehen wollt. Zuhause hat ihr Rainbow Six Siege, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 1, Tom Clancy's Ghost Dragon Wildlands, wenn ihr es unbedingt sehen wollt, beziehungsweise FIFA, Forza Horizon 3 wären in der Wirklichkeit, Fortnite, auf jeden Fall ein paar andere Spiele, ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, die ihr vorschlagen würdet, etwas zu uns passen, was ihr besser finden würdet, sonst schuldet mich kurz, beziehungsweise, was gibt's noch? Ich weiß nicht. Wenn ihr den Tour sehen wollt, dann würde ich jetzt mal sagen, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt von euch, dann mache ich es jetzt für den Mustang-Fahrer und fahre fort. Adios, amigos. Bis zum nächsten Mal. Oder?